Hi, ich bin Kurt Kress. Wenn ihr mich noch nicht kennt, habt ihr mich bestimmt aber schon mal gehört. Bei Freddie Mercury's Platten, bei Udo Lindenberg, Udo Jürgens oder auch bei Falco. Ich habe auf über 12.000 Titeln gespielt und darüber erzähle ich in meinem Drum Talk. Also das ist kein Workshop für Schlagzeuger alleine, sondern beim Drum Talk sitze ich mit Werner Fromm, meinem Freund, auf der Bühne und wir unterhalten uns über meine Erlebnisse. Wir zeigen euch Videos, spielen Musik vor und hier und da haue ich auch mal auf Schlagzeug. Die Tourdaten findet ihr hier unten. Bis dahin, euer Kurt Kress. Die Tourdaten, bei Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, Udo Lindenberg. Die Tourdaten, bei Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, Udo Lindenberg.